Vor-Info, die Aufnahme ist natürlich nicht von jetzt, sondern die haben wir schon letztes Jahr gedreht und die ist halt dann irgendwo bei uns liegen geblieben, da wir ja doch immer ganz schön viel auf der Achse sind normalerweise. Und jetzt haben wir Zeit, mal alles zu durchforsten. Und dementsprechend kommen jetzt wohl noch ein paar Sachen, die wir noch gefunden haben, wenn ich denn zum Schneiden komme. Und ja, ich muss mir leuchten, dass Licht hier drin ist nicht so toll. Hallo und willkommen zu unserem neuen Video. Hallo. Wir fetzen die Salbe rauf. Genau, 2019, die Sonne ist vorbei. Ski gefahren sind wir genug und jetzt schwitzen wir schon. Die Skigebiete haben zu. Wir nutzen das immer, die letzten Schneeräste zum Osurfen im Bike. Und da ist das Salbe eigentlich ein mega cooles Wach bei uns. Die ist nicht weit weg und geht zum Einraden nach dem Winter. Einfach bärisch. Ja, ich merke es voll, weil ich fahre ja immer noch mehr Ski hinten raus wie die anderen beiden, wegen dem weißen Rausch. Und ich komme ihnen kaum nach. Das ist die Hölle. Ja, wir sind jetzt schon beim Schnappen. Wir waren vorher schon ein paar Mal weg, das habe ich zurückgekriegt. Und deswegen haben wir jetzt ein bisschen was drin schon. Aber trotzdem, an so einem Föntag merkt man es doch schon wieder, dass das ein bisschen was anders ist. Mir brennt alles. In diesem Sinne, bleibst du ruhig und schaust uns zu. Ja. So, da machen wir noch einen kleinen Panoramaschwenk. Da sieht man noch die weißen Bahnen runter. Westendorf und dann Windau rein. Windauwelle, ja. Die Xau. Ja, Xau, stimmt. Ich öffne die Witschinawelle. Die Kraudinawelle. Da ist unsere Möselalm. Windenwelle ebenso, ja. Rindhainer. Und hier geht es hoch für uns. Wie weit haben wir es denn noch? Was werden die Znappe sein? So an die Tausend, schätze ich knapp 900 bis 1000. Na ja, ja dann. Wir treten jetzt eigentlich nicht ganz spült, sonst müssen wir ein bisschen schirmen lassen. Da. So, die letzten Meter, die wir treten können. Und dann wird es wahrscheinlich zum Schieben und Tragen werden. Aber werden wir dann gleich sehen, wie es ausschaut. So, jetzt sind wir da, wo es wirklich zum Tragen und Schieben wird. Und es ist ziemlich warm. Jetzt gibt es Vicky on the Rocks. Gut, dass es auch nicht nur gibt. Ja. Man kann sich aber gar nicht viel stellen, wenn man so im Winter ein Skifahrt, dass es dann echt innerhalb von ein paar Wochen so umschlägt, dass es so da stehen muss, gell? Weil, das ist echt brutal. Aber Schnee, richtig kompakt. Tadellos, ihr zahlt nur die falsche Schuhwahl. Ich will es heute schon aufsaunen. Wasserdicht kugeln, nicht. Wir schieben uns jetzt über die Pisten runter. Es geht da runter. Los ist ja nicht mehr die Welt. Ein paar Wanderer und ein paar Schuhwahlkugeln haben wir tun. Und wir fahren jetzt derweil einmal. Und wenn ein paar geholt werden, also echt empführend die Zeit. Ja, und dann geht es runter. Auf den Gipfelhofen kriegen wir noch einen Platz heute. Weil die Säufel sind ja in der Todzeit immer so eine Sache, der ist total nett huckern und viel checkern ist es dann auch. Und da geht es dann auch schon so zu, aber werden wir jetzt noch schon streitig machen. Auf jeden Fall. Drei Tage nicht geduscht. Immer ein altes Gewand mitnehmen, wenn man wo hinfährt, darf man gut ausrachen können. So, da haben wir nochmal einen kleinen Panoramaschwenk. Diesmal schon eben von weiter oben. Jetzt haben wir genau 1000 Höhenmeter gemacht, von Wörgl aus. Aber anfühlen tut es sich hier immer mehr. Kälberhüttl heißt es. Und da wird geschmust. Habt ihr heimlich geheiratet, oder was? Ich gebe dich schwöre, aber jetzt habe ich mich getrunken. Ah ja, noch nicht geheiratet. Da sieht man unseren Gipfel. Hey, hochschwenken bitte. So, hier sieht man den Gipfel. Da oben sieht man jetzt das Kreuz schon. Nicht mehr weiß. Oder machen wir heute noch fünf Berge? Ja, weiß. Ja, weiß, sagt er. Ja, es gibt Weisheiten, die wir sagen, die letzten werden die ersten sein. Und diesmal stimmt's. Puh. Aber dafür können wir ein paar Aufnahmen machen, wie die beiden hochkommen. Hat sich also gelohnt, mich zu beeilen. Und die haben wir fotografiert. Sonst wäre es nicht gegangen. Jetzt seht ihr, das Kreuz haben wir schon hinter uns gebracht. Und das sind jetzt wirklich die allerletzten Meter. Mit geiler Aussicht runter ins Inntal. Unser Zuhause in Wörge. Und natürlich Müselalm, Eisstein. Alles drauf. Und ein echt geiles Panorama. Da eben Skigebiet Kitzbühel eigentlich. Großer Rettenstein. Ich habe hier gerade noch das Fischei in der Hand, deswegen muss ich es euch so komisch zeigen. Und da wohnen wir. Lörge. Hinten drin, der Rufan, ist auch noch ganz schön verschneit. So, jetzt sind wir oben. Ja. Und jetzt ist es richtig warm. Oh, total. Ah, das ist ja auch. Kacke mit diesem Face-Tracking. Track mal das andere Face, bitte. Das gibt's doch nicht. Das Ohrschwätzchen Face-Tracking. Ja, wenn ich's könnte. So, jetzt ist es, glaube ich, besser. Geht ja. Der Waldreiner ist geschimpft. Hey. Ja, ich weiß noch früher, da kann ich noch e-mails schreiben. Na, echt fein, doch. Volle. Ja. Jetzt werden wir gleich mal die Brotzeit aussprechen. Ist auch schon fast Mittag, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, sie hat es jetzt erst abgeschafft, gell? 11.57 Uhr. Yeah. Hätte man bald durchkaufen können. Ich hätte mag, ob wir in welchen Wochen können. Ja, Horstgen oder was, ja. Auf der Fläche irgendwo. Jetzt müssen wir echt Lädigrufen, Läffi. Dann muss ich auch verheuern, hm? Das sind ja die kleinen Dinge im Leben, die uns Freude geben. Genau. Stütz da ein. Stütz im Schiff. Stütz im Leben, das ist Freude geben. Habe es auch schon gewissen. So, da habt ihr es. Weiß aufbraun, oder wie auch immer das jetzt heißt. Sie war aufbraun. Na, noch ist tatsächlich Ruhe sanft. Unsere Bikes. Wäscheleine. So, jetzt ist sie da, die Brotzeit. Bei mir gibt es Wurst, Käse und geiles Brot mit Walnuss. Das liebe ich. Woher ist sie? Vom Ruhez. Ruhez? Hm. Naja. 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 Ich werde in der Früh aufgetanzen und selber Brot backen und hole in eine alte Dose mir selber einen Aufstrich machen. Ja, alles nachhaltig. Du willst sie sehen. Es ist ja drei in der Früh auf. Na gar nicht gut, dass ich das fertig bin. Ja, mehr da eigentlich. Ja. Mhm. 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 Und den Nachtisch hast du auch selber gemacht? Ja, ich mache den Nachtisch. Die Banane in die Bananenschale gequetscht? Naja, die Bananenkaffee fertig. Mhm. Werden wir ja nur dürfen. Mhm. Und die Snicka hat da, wenn ein paar hundert da ist. Mhm. Na gut. Hätte ja sein können, dass du dich selber packst. Das wollen sie mal kriegen. Ja, siehst du. Schnee. Wie? Schnee. Ein Depot. Ja, von wie war. Wie ein Graut? So, können wir es sehen. Okay. Siehst du? Ja, wir machen das. Sehr gut. Und dann wird es an Schatten, denkst du. Ja. Wir haben unser Schneedepot angekriegt dabei. Lässt ein bisschen was los damit die Leute jetzt. So. Hier geht es. Warte rein. Wir hätten mehr Getränke mitnehmen sollen. Schneebar. 30. Dann los. Happy wife, happy life. Wow. Wie geil. Hey. Lächert. Ich werde beschossen. Wir haben sehr oft im Video Schneebeischloch. Mhm. Wir hätten jetzt mehr als Schneebeisch müssen konzentrieren müssen. Ich gehe jetzt in den Schatten. Mir ist auch zufrieden. Währenddessen die anderen da ihre Sauna aufgesucht haben. Ja. Ja. Er fängt jetzt auch noch an. Ja. Der Schüß. Der Schüß. Der Schüß. Der Schüß. Der Schüß. Der Schüß. Merkt ihr was? Schreibt mal, ob Vicky schon so leicht hat, als ob sie einen Sonnenstich hätte. Ja, das ist ein Fall. Ja. Ah. 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 Genau, den kann ich nicht. Nein. Ich lass dir nicht. Ja, Mandeln. Der Martin, es gerettet hat er uns jetzt her. ayr. Wir werden auch zugereichst fürs Fond. Girls nochmal insuchen. Neoprensocken. Der Käuze ins Wasser rum. Da geht nochежде allora. Die Knie-Protektoren, wasserdichte Stiefel, leere Stiefel, ganz hoffscht die Wormen. Gefahr hat den Gologe, der Anurakos auch rum. Und für was hast du jetzt alles gerichtet? Für das Wasser, für den Spreitschnee, für die Drainage, für die Drainage, für die Drainagewasser als Kind, die Zufessel zum Ausleihen, für die Drainagewasser. Weisst du, was es hergibt? Dann fangen wir es an. Jaaa! Cause lovin' you, it's like growing blood from the stone. Yeah, cause lovin' you, it's like growing blood from the stone. Well, trying to, I want myself to the bone. Yeah, well it's lovin' you, it's like growing blood from the stone. He's like growl, you got me, you got me, do the crow. I mean that you fought for the whole town. And my golden prison. Woah, that was the sweet comfort of my arm. Oh, that was the sweet comfort of my arm. You see my trump or sun, has my w kimse. Sure look like it's been. Now you're getting nowhere With your snake eye joints I don't mind that feeling Cause loving you It's like blowing blood from a stone Cause loving you It's like blowing blood from a stone I'm trying to How I work myself to the bone Yeah, loving you It's like blowing blood from a stone Yes, it is Loving you It's like blowing blood from a stone Yeah, yeah, yeah Cause loving you It's like blowing blood from a stone Oh, and tell me now I'm trying to How I work myself to the bone Oh, oh, oh But loving you It's like blowing blood from a stone Oh, yeah, yeah, yeah And loving you It's like blowing blood from a stone Yes, it is Well, I'm trying to How I work myself to the bone Yes, I did To the bone Well, I'm loving you It's like blowing blood from a stone Yes, it is Yes, it is Well, I'm loving you It's like blowing blood from a stone Can you hear the words I'm saying Can you read the thoughts I'm thinking I'm looking for your consolation Just wanna know I'm not mistaken I'm calling for you Calling for you Reaching out to know if it's true I'm feeling Nein Und was sagen die zu ihrer Leistung, Herr Deppalch? Ja, das war gewaltig War gewaltig War berrig War sicher berrig Yeah, brav Whuuu Oh, you down, oh, you down Can you tell me if it's love we're making Can't you feel the crowd is shaking I don't need another explanation Wasting words or wasted conversation I'm calling for you, calling for you Reaching out to know if it's true I'm calling for you, yearning for you Reaching out to hold you down Hold you down Hold you down Hold you down I wanna walk you down I wanna walk you down I wanna walk you down I'm calling for you, calling for you Reaching out to know if it's true I'm calling for you, yearning for you Reaching out to hold you down Hold you down, hold you down 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 I wanna walk you down I'll fall you down White snow, red sky We chop for the snow so high Blue eyes, fake cry Beware of the fucks tonight Cold feet, out of dark rain My blood in your frozen veins Dream high, no pain Run fast through broken chains Treat me with your silence Yeah, my soul's heart burning But I'm not praying Call out for another Will you kill me, can't it? If I'm not praying Yeah Seek out, I keep fighting you I will take a chance Break free Dogs fighting Dressed up for a final dance Shut down, inspire I'm here to take your call New soul, too higher I will despise you all I will despise you all Treat me with your silence Three of my souls Three of my souls are burning But I'm not crying Call out for another Will you kill me gently? You feel the creepy You feel the dark and the pain Yeah Ja, das war es, unten sind wir Da wären gerade noch die Schuhe Im letzten Schnee-Rest sauber gemacht Ja Es war oben ja, habt ihr ja gesehen, echt krasser Führer und süß und dann so trocken. Es war Wahnsinn, also Hammer, oder? Ja, komplett zusammen. Führer ist schon geil, dankenswolle. Aber jetzt kommt der Wind. Jetzt kommt der Wind. Schauen wir, dass wir nach Hause kommen. Brillen aufschmeißen. Ja! Ja, wir hoffen, das Video hat euch soweit gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, vielleicht gibt es noch eine Einblendung vom Grill. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao!